Es gibt viele Umstände, in die wir hineingeboren werden, die uns nicht für immer essentiell prägen müssen. Also wenn ich in einem Glauben aufwachse und den Grund habe, dem zu vertrauen und mich dafür entscheide, warum soll ich denn dann quasi diese Entscheidung hinten anstellen? Das Christentum ist eine genuin globale Religion, wo alle Menschen aus allen Völkern eingeladen sind. Kurze Frage. Wenn ein Baby in eine buddhistische Familie hineingeboren wird, ist es dann eigentlich ein buddhistisches Baby oder erstmal ein religionsneutrales Baby? Wir werden uns jetzt Clips ansehen aus dem Fernsehformat Barbara Karlich Talk um vier zum Thema Christ trifft Atheist. Unser Gernot Zeilinger von Profundem Austria war da nämlich als Gast mit dabei. Unter anderem mit Dustin, einem kulturell katholisch erzogenen, jetzigen Atheisten. Mit Barbara, die in eine fromm katholische Familie hineingeboren wurde und sich bewusst für diesen Glauben entschieden hat. Und auch mit Georg, der als Atheist erzogen wurde und es nach wie vor ist. All diese Lebensgeschichten werfen die Frage auf, wie sehr entscheiden wir uns für unseren Glauben und wie sehr ist das Schicksal? Ich bin gespannt auf die Antworten, die wir in diesen Clips entdecken werden. Bleib dran. Glaubst du, dass du vielleicht ein praktizierender Christ geworden wärst, wenn du aufgewachsen wärst in einer Familie, die eben katholisch, evangelisch, protestantisch, was auch immer, muslimisch wäre? Ich fürchte ja, das glaube ich. Das ist nämlich eigentlich der Kernpunkt der Sache. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, nimmt man automatisch an, dass es zu der Religion gehört der Eltern, also was ich. Ein Kind von Muslimen wird automatisch Muslim und ein Kind von, sagen wir mal, Protestanten und so weiter. Das ist aber eigentlich unlogisch, weil dem Kind selbst ist es natürlich, wenn es frisch auf die Welt kommt, noch vollkommen egal. Und ich schätze euch einmal vor, ein Baby wird adoptiert von einer Familie anderen Glaubens. Dann wächst in dem Glauben auf. Das zeigt doch sehr deutlich, dass es nicht von Geburt auf schon einen Glauben gehabt hat oder zu einem Glauben gehört hat, sondern dass es an der Erziehung, an der Umgebung, also Elternhaus, Schule, Kindergarten und so weiter liegt. Ja, also es ist irgendwie ein bisschen witzig, finde ich, wie der Georg das jetzt gerade so formuliert und dargestellt hat. Das ist ja sehr sympathisch. Ja, Baby wird in einer Familie hineingeboren, hat es dann automatisch diesen Glauben oder nicht. Ich habe es in dem Intro angesprochen, das die Leute gerade vorhin gesehen haben. Gibt es religionsneutrale Babys? Das ist für mich so ein bisschen die Frage. Ich finde, es kommt darauf an oder es ist schwierig, das zu beantworten, weil man je nachdem, was halt der richtige Glaube ist oder je nachdem, was halt die richtige Weltanschauung ist, so sind dann halt die Babys drauf. Weiß nicht. Großanalyse. Nein, ich schaue, ich habe an zwei Sachen denken. Das eine ist zu sagen, im islamischen Theologie gibt es die Theorie von Fitra oder das Dogma von Fitra. Also Muslime lernen laut Fitra, dass jeder Mensch als Muslim geboren wird und die Eltern erziehen die Kinder dann weg vom Islam. Also die Antwort des Islam, warum so viele Kinder nicht Muslime sind, ist eigentlich jeder Mensch als Muslim geboren und die Eltern durch ihre Erziehung machen sie dann zu Christen oder Politheisten und so weiter. Ich glaube, dass die Aussage von Georg nicht stimmt. Also seine Grundannahme ist, dass der Mensch per se artistisch-materialistisch ist, wenn man ihn nicht hinein zwingt in diese Zwangsjacke. Ich glaube, das stimmt, glaube ich, nicht aus mehreren Gründen. Das eine ist, ich glaube, dass, drei Gründe würde ich sagen, ein erster Grund ist zu sagen, es scheint zu sein, dass der Mensch als Homo-Noranz, als erzählendes Wesen, als geschichtenerzählendes Wesen auch ein homo-religiosus ist, ein religiöses Wesen ist. Also dass wir so weiter zurückschauen können in die Menschengeschichte bis in die Jungsteinzeit sehen oder selbst in die Mittelsteinzeit sehen wir, dass der Mensch religiös ausdrückt, dass der Mensch Transzendenz ausdrückt. Bezug zu etwas Größerem, dass der Mensch gar nicht leben kann ohne dem. Was mich zu einem zweiten Punkt bringt, das ist ein ganz spannender Punkt, den C.S. Lewis in Porto, Ich bin Christ, aufgreift. Dort schreibt er nämlich, als Christ braucht man nicht zu glauben, dass alle anderen Religionen einfach durch und durch falsch sind. Als Atheist muss man glauben, dass die Hauptaussage aller Religionen auf der ganzen Welt ein einziger riesiger Irrtum ist. Als Christ hat man die Freiheit, all diesen Religionen, auch den merkwürdigsten, zumindest ein Körnchen Wahrheit zuzubilligen. Als ich noch Atheist war, musste ich immer versuchen, mir einzureden. Der größte Teil der Menschheit habe sich in der Frage, die ihr am wichtigsten war, immer zugeirrt. Als ich dann Christ wurde, konnte ich dazu eine aufgeschlossenere Haltung einnehmen. Und ich glaube, das ist genau das Problem, was hier ist. Als Atheist muss ich sagen, alle Menschen, eigentlich wäre der Mensch überhaupt nicht religiös, aber aus irgendeinem historischen Irrtum, was ich auch dem Evolutionsprinzip widerstreben würde, sind 99,9 Prozent aller Menschen, die jemals gelebt haben, mehr eigentlich. Also Atheismus ist ein absolutes Minderheitenphänomen heute immer noch, geschweige denn durch die ganze Menschheitsgeschichte, durch hunderttausende Jahre Menschheitsgeschichte hindurch, dass alle Menschen immer schon falsch gelegen sind dazu. Also woher kommt dieser riesige Backe im System, dass Menschen immer schon religiös sind? Und ich glaube, das Gegenteil, also die Frage ist, wer hat Beweislast? Also hat der Atheist zu beweisen, dass es eigentlich vernünftig wäre, nicht zu glauben? Oder habe ich als gläubiger Mensch eigentlich das Grund a priori? Und ich glaube, die Tatsache, dass der Mensch als homoneranz, als erzählendes Wesen, als transzendenzbezogenes Wesen, als sinnsuchendes Wesen eigentlich immer religiös ist, mit ein paar merkwürdigen historischen Ausnahmen wie dem Sowjetkommunismus und dort, wo man tendenziell weniger Menschliches aufblühen sieht, als in Ländern, wo Menschen glauben, wo Menschen Sinn haben, spricht eher dafür, dass eigentlich Atheisten Beweislast umhören, weil die natürliche Position des Menschen scheint religiös zu sein. Und dann der dritte Punkt wäre zu sagen, das stimmt schon mal deswegen nicht, weil sonst gäbe es keine Religionsgeschichte. Also Nordafrika war einmal christliches Kernland und ist heute muslimisches Kernland. Es gab eine Zeit, da waren wir in Österreich alles irgendwelche keltischen Barbaren und heute sind wir Christen. Also Religion wechselt, es gibt die Realität von Bekehrung, es gibt die Realität von Religionswechsel. Also wäre es statistisch so, wie der Georg beschreibt, dann wäre es eben nicht so, dass Religion ständig im Flux ist. Und die Realität ist, Religion ist ständig im Flux. Menschen werden von religiösen Argumenten überzeugt. Und aus dem Grund würde ich sagen, Glaube ist etwas, was begründet ist, was begründbar ist und was tatsächlich nicht einfach Schicksal ist. Natürlich zu einem gewissen Grad ist es das. Also die Wahrscheinlichkeit, wenn du in Afghanistan geboren wirst, ist deutlich höher, dass du Muslim wirst, als dass du Buddhist wirst. Aber gerade Religionen wie der Islam, wie das Christentum, wie der Buddhismus, die Universalitätsanspruch haben, waren immer schon Missionsreligionen oder erfolgreiche Missionsreligionen. Es gab einen Tag, da war Indien buddhistisch, heute gibt es keinen Buddhismus in Indien. Es gab einen Teil, da gab es keinen Buddhismus in China. Heute gibt es Buddhismus in China. Das heißt, dieser Diskurs ist real und Menschen ändern ihre Überzeugungen. Ja. Wie würdest du das sehen? Findest du es überzeugend, was der Georg sagt? Oder denkst du, dass er da einen Punkt hat? Oder denkst du, dass tendenziell... Ich meine, er hatte recht, ich finde, es ist sehr sympathisch, was er sagt. Also rein realistisch betrachtet ist es wahrscheinlich so. Aber ich glaube, das Argument folgt ja trotzdem nicht logisch, oder? Ja. Also ich finde, er ist irgendwo... Was ich gut finde, ist, dass er ehrlich und konsequent irgendwo ist, dass er auch von sich selber sagt, ich bin Atheist und ich stehe dazu, dass ich Atheist bin. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich Christ wäre, wenn ich ins Christentum hineingeboren worden wäre. Also er... Zumindest nimmt er sich selbst irgendwie nicht raus aus der Rechnung. Und zu einem gewissen Grad hat er recht, also Religion ist ja zu einem gewissen Grad soziologisch. Also das, wo ich drinnen lebe, das prägt mich, oder? Ja, absolut. Und wir würden ja auch zum Beispiel, wenn wir als Christen durchaus diesen Wahrheitsanspruch erheben, wir sagen, wir glauben, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, glauben wir auch nicht, dass dadurch, dass ein anderer Mensch als Buddhist auf die Welt gekommen ist oder als Buddhist erzogen worden ist, er das jetzt für immer bleiben muss und das irgendwie teils seiner DNA oder seiner Kernessenz irgendwo ist. Also in dem stimme ich dem Georg auch zu. Es gibt viele Umstände, in die wir hineingeboren werden, die uns nicht für immer essentiell prägen müssen. Und das denke ich in dem Sinne auch nicht, würde ich ihm auch absolut zustimmen. Aber trotzdem, glaube ich, bleibt die Position für mich, dass eigentlich die Beweislast für einen Atheisten liegt. Weil quasi der Atheist, so wie es jetzt Louis sagt, muss glauben, dass die Mehrheit der Menschen zu den meisten Seiten bei dem Wichtigsten in ihrem Leben falsch gelegen ist. Während ich als Christ immer sagen kann, mit allen Religionen kann ich irgendwo Brücken bauen. Menschen sind nicht komplett falsch gelegen in den Dingen, die sie glauben und denken. Aber in Jesus Christus tritt die Wahrheit ihnen entgegen. Und jetzt sind sie quasi aufgerufen, umzukehren. Dann haben wir wieder so einen Bekehrungsbegriff, um Jesus nachzufolgen. Ja. Da fällt mir nur ein, ich glaube, viele Atheisten oder viele secular humanists, säkuläre Humanisten würden sagen, es hat irgendwann einen großen Sprung nach vorne gegeben durch die Aufklärung. Sprung nach vorne klingt nach Mao. Das ist nicht ein positiv besetztes Wort. Okay. Fortschritt, es ist etwas Positives passiert, eine Entwicklung durch die rasante Entwicklung der modernen Wissenschaften, wo einfach ganz viel rausgenommen werden konnte an God of the Gaps, an Mysterium, Evolution hat gezeigt, wo der Mensch herkommt. Also das viel, das ganz viel, auch ewig existierendes religiöses Denken jetzt nicht mehr gerechtfertigt ist, weil so rapide wir begonnen haben, die Welt einfach viel besser zu verstehen. Also ein Hegelian, also so ein Grund, neoprotestantisch-hegelianischer Gedanke ist. Also du hast quasi die Irrationale, also es ist so ein bisschen Hegel und Protestanten im 19. Jahrhundert gesagt, du hast halt die ganzen heidnischen, politistischen religiösen, dann kommt das Judentum und ist der erste große Fortschritt, dann kommt Jesus, ist der nächste große Fortschritt, dann kommt die Reformation, ist der nächste große Fortschritt und jetzt kommt die Aufklärung, jetzt sind wir quasi angekommen bei der Mündigkeit, endlich um Stück für Stück Aberglauben hinter uns gelassen. A, glaube ich, das stimmt religionsgeschichtlich nicht, also und B ist es absolut kontingent eben an das Christentum, also warum passiert denn die Aufklärung, warum passiert denn die moderne Wissenschaft gerade im lateinischen Westen, im christianisierten Westen, gerade in diesen Orten, weil das Christentum die Grundlage dafür ist. Also ich glaube, das darf man da nicht aus Acht lassen. Ich glaube, eben dieser Entwicklungsgedanke widerspricht dem, dass wir trotzdem sind, dass es extrem viel Konstanz gibt in der menschlichen Natur. Also gerade im 1900, wo dieser Gedanke extrem populär ist, der zerbricht ja am Ersten Weltkrieg, wo man sagt, wir sind immer besser, wir sind immer friedlicher und der Mensch ist immer fortschrittlicher und auf einmal landet man mit all diesen modernen Waffen, mit all diesem fortschrittlichen, dem blutigsten Krieg, den die Menschheit bis dahin gekannt hat und dann folgt als Fortsetzung des Ersten Weltkriegs, der Zweite Weltkrieg. Und quasi dieser Verlust von dieser Fortschrittssicherheit, der entstanden war, das ist ja ein ganz, ganz wichtiger ideengeschichtlicher Einbruch, der da passiert. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, also zu versuchen, diese fortschrittliche Entwicklung zu entkoppeln von dem christlichen Fundament an Ethik einerseits, auch in diesem metaphysischen christlichen Fundament, weiß ich nicht, einem Verständnis davon, dass es Sinn gibt, dass es Ordnung gibt, dass es einen Schöpfer, Gott gibt, wo man nachforschen kann. Und das ist einfach nicht zu Ende gedacht. Ich meine, da ist Tom Holland der extrem empfehlenswert, der da ganz, ganz stark dazu geschrieben hat. Ja, super. Wir werden gleich weitermachen und uns den nächsten Clip ansehen, nämlich von der Barbara. Und die Barbara ist in eine religiösgläubige katholische Familie hineingeboren worden und ist nach wie vor gläubige Katholikin. Schauen wir mal rein in diesen Clip. Und du hast dich für den bestimmten Gott entschieden, sozusagen, weil da gibt es ja auch mehrere im Angebot der Menschheitsgeschichte. Ja, Götter, Götter, alles mögliche. Also du weißt, den bestimmten und nicht der andere, sozusagen. Ja, ich bin ja damit aufgewachsen. Ich habe diesen Gott kennengelernt, also mit der katholischen Kirche, an den Christen. Und ich gehe ja mit der Bibel und ich gehe ja mit Jesus und er stellt mir ja Gott vor als Gott Vater und ja, auf diese persönliche Weise, auf diese persönliche Ebene. Und für mich, also ich habe für mich, warum sollte ich einen anderen, ich habe mich mit 13 dann entschieden, mit diesem Gott zu gehen und auch persönlich zu beten, mit ihm zu reden. Für mich hat es gar keinen Sinn gemacht, in anderen Kreisen noch zu schauen, weil der Glaube mir so viel Hoffnung und Kraft gibt. Ich suche noch gar nichts anderes mehr. Warum auch? Ich habe ja alles, was ich brauche. Also ich habe den Glauben, ich habe den Glauben an Gott. Er ist persönlicher. Und deswegen steht für mich die Frage nicht, ob ich woanders hingehe. Also genau, wir haben die Barbara und die Barbara sagt, sie ist in dem Aufgewachsen und sie ist in dem drin, in der Bibel, in dem Glauben an Gott. Und das ist einfach gut. Also es gibt ja Hoffnung, es gibt ja Halt. Genau. Und deswegen muss sie gar nicht unbedingt weiterschauen, muss sie gar nicht sonst noch nach Wahrheit suchen. Also ich höre da sofort die skeptische Stimme, die sagt, okay, du schaust nicht über deinen Tellerrand hinaus. Du gibst anderen Wahrheiten gar nicht die Möglichkeit, auf dich einzuwirken. Ist das nicht sehr engstirnig vielleicht sogar oder auch faul und sehr komfortabel? Was denkst du da gerne? Ich finde es eigentlich sehr sympathisch und sehr, sehr schön und sehr, sehr hoffnungsvoll. Also ich würde zwei Ansatzpunkte haben an dem. Das eine ist zu sagen, oder die Analogie herzunehmen, sie hat mit 13 entschieden, mit Gott zu gehen. Das klingt ja irgendwie so, mit 13 ist auch der Begriff so, diese Zeit, ich weiß nicht, bis in deiner Zeit noch mal, wo man diese Zetteln wirft, also willst du mit mir gehen? Ja. Das klingt ja ein bisschen nach dem. Und sagen wir mal, du findest den Partner fürs Leben mit 15. Dann kann ich dir auch nicht sagen, ja, aber ist ja vollkommen intolerant. Soll das eigentlich in eine offene Ehe führen. Und weißt ja nicht, ob du mich mit 35 noch mehr empfindest. Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen auch die Anxiety, die wir haben. Das ist Fear of Missing Out. Und was ist, wenn es da noch was Besseres gibt? Was ist, wenn es da noch eine bessere Religion, einen besseren Glauben, einen besseren... Aber wenn ich das gefunden habe, was mich erfüllt, von dem ich denke, es ist wahr, ist... Warum mich nicht darauf einlassen? Also ich glaube, gerade diese Bindungsangst, die wir haben in unserer modernen Gesellschaft, wird in dieser Skepsis, die du so äußerst, sichtbar. Weil eigentlich ist das doch wunderschön. Ich habe das gefunden und ich habe diese Beziehung gefunden, auf die ich mein Leben aufbauen möchte. Und ich glaube, wir werden weder gut beraten, dass in menschlichen Beziehungen zu sagen, ja, jetzt bist du zwar 30, aber was ist, wenn du mit 60 wie im Besseren findest? Warte doch noch. Und genau das selbe würde ich sagen mit dem Glauben. Wenn ich das mit 13 gefunden habe, wenn ich das geboren bin und wenn ich das glaube, warum nicht? Also deswegen in meiner Tradition, in meiner christlichen Tradition, im Luthertum taufen aus dem Grund auch Kinder. Weil das ist ja etwas, wo ich sage, wenn ich glaube, dass das wahr ist, dann möchte ich auch meine Kinder drin erziehen. Also das ist ein bisschen auch in dieser Skepsis diese Authentizitäts-Bias, die, glaube ich, fehlgeleitet ist an dem Punkt. Ja. Und es ist auch durchaus möglich, die Wahrheit von Anfang an zu haben. Also nur, weil ich eine Sache glaube und nur, weil ich sie vielleicht ursprünglich unhinterfragt angenommen habe, heißt ja nicht, dass ich jetzt herausgehen muss und herausfinden, wieso sie nicht stimmt. Ich kann durchaus schon Dinge geglaubt haben, die eh stimmen. Das ist so eine grundnizianische Skepsis, warum die hinbringen. Ja. Ja. Absolut. Und jetzt aus dem Clip heraus haben wir auch nicht sehen können, wie sie womöglich tiefere Begründungen auch in ihrem Glauben entdeckt und erlebt hat. Wobei da würde ich gerne einhacken, Hannah. Und zwar die Frage ist ja, braucht es das? Also wir beide arbeiten als Apologeten und wir sind prädispositioniert zu sagen, wir brauchen Glaubensgründe, wir müssen das begründen und auf einem festen Fundament aufbauen. Aber rein philosophisch ist es nicht gewungenermaßen notwendig, dass jemand das gut begründen können muss. Weil was ist, wenn mein Glaube an Gott, um es in den Worten von, also gibt es Alvin Plantinga, ist jemand, der die ganze Theorie von reformierter Epistemologie ausgearbeitet hat. Und das ist eben eine Form von religiöser Erkenntnistheorie, wo sich die Frage stellt, wie können wir denn wissen, was wahr ist im Bereich der Religion? Und da redet er davon, dass es so etwas wie Properly Basic Beliefs gibt, die quasi begründet sein können ohne Begründung. Also die rational überzeugt sein können, ohne auf Argumenten zu beruhen. Und ich glaube, dass das durchaus der Fall ist für die meisten Menschen. Also die meisten Menschen haben, also solange du kein Gegenargument siehst, warum solltest du, also da sind wir wieder beim Georg, also wenn ich jetzt in einer Welt aufwachsen und ich das kann alles in meiner Welt erklären, warum sollte ich jetzt gezwungen sein und was ich mit einer Grundnitsche-Brille jetzt trotzdem dran zweifeln und trotzdem dran verzweifeln? Ich sage, warte mal, das ist rein pragmatisch gesehen, es erklärt die Welt, es macht Sinn, es erfüllt mich, warum soll ich jetzt irgendwie noch eine andere, das trotzdem nochmal herausfordern? Also ich glaube, in der christlichen Theologie gibt es dafür den sensus divinitatis. Also wir sind geboren mit einem religiösen a priori, wir haben einen Sinn für Gott, für den wir gemacht worden sind, weil wir im Ebenbild Gottes gemacht sind. Und eben es gibt Dinge, die kann ich rational glauben, ohne sie argumentieren zu können. Also zum Beispiel, ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich dich jetzt frage, was hast du zum Frühstück gegessen und du beschreibst mir dein Frühstück, dann wirst du es mir nicht beweisen können, argumentativ. Du wirst es mir auch nicht in eine Prämisse reingeben können. Trotzdem werde ich daran glauben, dass du gefrühstückt hast und dir das glauben. Es ist properly basic, weil ich habe keinen Grund daran zu zweifeln. Umgekehrt, wenn du eine Trickbetrügerin wärst und ich dich noch nie gesehen habe und du möchtest etwas von mir, sagen wir mal, du möchtest, dass ich dir ein Frühstück kaufe, dann habe ich vielleicht Grund zu zweifeln. Solange ich den Grund habe, dir zu vertrauen, dann habe ich auch die Berechtigung, dir zu glauben. Ich glaube, so ähnlich ist das, wenn ich in einem Glauben aufwachse und den Grund habe, dem zu vertrauen und mich dafür entscheide, warum soll ich denn dann quasi diese Entscheidung hinten anstellen? Ja, guter Punkt. Gut, gleich zu diesem Sensus Divinitatis haben wir gleich den nächsten Clip, und zwar zwei kurze Clips vom Dustin. Und Dustin ist in eine kulturell-katholische Familie, beziehungsweise so genau wissen wir das nicht, wie ernst das B-Malas war, aber in eine katholische Familie hineingeboren worden und hat sich dann an einem Punkt bewusst entschieden, er tritt jetzt aus der Kirche aus. Schauen wir uns das mal an. Die christliche Grundausbildung sozusagen hättest du genossen, aber nichts damit anfangen können? Nein, überhaupt nichts. Ich glaube, so geht es dem Dustin oder ging es dem Dustin auch, gell? Ja, also Religionsunterricht, alles ganz normal mitgemacht, alles. Und auch Erstkommunion, Firmung? Erstkommunion, Firmung. Ich bin sogar Taufpate von meinem Bruder, das habe ich aus Lebezirmen gemacht. Aber so drei Jahre danach bin ich dann ausgetreten aus der Kirche. Und so in der Kirche, wie hast du das erlebt, die Messen, die Jugend, Messen, Schulgottesdienste? Ja, Messen waren für mich sterbenslangweilig. Also ich habe da meistens angefangen, Tag zum Träumen, dass jetzt beispielsweise die Band Böse Onkels vorne anfangen zu spülen, das Lied Kirche, oder das vom Friedhof neben, dass dort dann solche Skelettkrieger auferstehen und mich zu ihren Anführern ausakouren. Also das waren halt so meine Tagträume während der Messe, damit das so ein bisschen die Zeit besser vergeht. Gut. Da geht es ordentlich zu in der Steierbank, muss man sagen. Oder in Tirol. Er ist Steirer. Ist er Steirer im Heiligen Land Tirol? Nein, ich glaube, es ist Tirol. Nein, er ist Steirer. Wirklich? Ich habe ihn ja getroffen, ich war dort. Also er ist Steirer. Okay. Ganz sicher. Sturm Graz-Fan nämlich, das ist einer der Punkt. Also ich glaube, wir haben im Gespräch im Persönlichen keine Gemeinsamkeiten gefunden, aus, dass wir beide Sturm Graz-Fan sind und Fußballtrainer im Nachwuchsbereich sind. Aber dann hat sich, glaube ich, von unserer Gemeinsamkeit irgendwie sehr bald erüblich gehabt. Aber ich nehme an, das war nicht der Punkt, auf den du hinaus wolltest. Nein, nein, nein. Aber das Steirische hört man mal, das ist Bellen, oder? We can agree to disagree. Ich glaube immer, dass der Tirol ist gern. Darf ich, falls du das siehst, schreib uns in den Kommentaren, dass du Steirer bist. Okay, genau, darauf wollte ich nicht hinaus. Nämlich, genau, offensichtlich, das gibt es, wir wissen das, es gibt Menschen, die mit dem Christlichen aufwachsen, die immer wieder da Berührungspunkte haben und es spricht sie einfach nicht an. Oder so dieser, eben dieser Sensus Divinitatis, den du angesprochen hast, der beginnt da jetzt nicht aufzuleuchten sozusagen in diesen Momenten. Und so, sie erleben, dass das wahr ist, das resoniert mit ihnen, dass das wahr ist. Also, Jürgen Habermas bezeichnet sich selbst ja als religiös und musikalisch. Das wäre so diese Sparte. Genau. Und für mich, ich weiß nicht, eine Frage, die das aufwirft, das ist die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes in diesen Dingen. Wieso gibt es manche Menschen, die intuitiv, einfach tief ergriffen werden, auch von christlichen Inhalten, von religiösen Inhalten, die in die Kirche gehen und sie hören etwas aus der Bibel vorgelesen und es berührt sie. Und es gibt Leute, die haben da einfach einen schwereren Zugang oder die sind in dem Sinn nicht so gestrickt, dass es sofort resoniert und sie sofort anspricht. Und da könnte man jetzt sagen, boah, das ist irgendwie ungerecht. Wieso sind manche Leute natürlich besser darin, Christen zu werden und religiös zu werden als andere Menschen, wenn das ja anscheinend so wichtig ist oder aus christlicher Perspektive so wichtig ewige Konsequenzen eigentlich hat, ob du mit Gott unterwegs bist oder nicht. Ich würde in seinem Fall auch anmerken, es ist durchaus üblich, Messen und Gottesdienste langweilig zu finden. Egal, ob man mit Gott unterwegs ist oder auch mit Gott unterwegs sein wird in Zukunft. Das war eine konkrete Frage jetzt im Ganzen. Ja, ich glaube nicht so. Also ich habe das Fragezeichen nicht erkannt quasi. Also ich gebe dir recht. Prinzipiell natürlich kann das passieren, das lautet die Kirche langweilig finde ich. Ich habe jetzt zwei Gedanken dazu. Ohne so eine Frage stellen. Also du willst mir eine Frage stellen. Nein, nein, ich würde gerne eine Gedanken. Der eine Gedanke, den ich dazu habe, ist natürlich zu sagen, ich würde Religion, also quasi aus meiner Sicht ist Religion gelebter Glaube. Also sagen wir, es erfüllt mein ganzes Leben. Und wir haben natürlich die Tendenz, Religion auf konkrete religiöse Auswirkungen. Ausprägungen zu reduzieren. Also wir alle haben irgendwie so die Tendenz zu sagen, so wie wir unsere Beziehung mit Jesus leben, so muss jeder andere die Beziehung mit Jesus leben. Also sagen wir mal, die Hannah steht auf gregorianische Chorele und da begegnet ihr Gott extrem. Und dann sagt sie, deswegen müssen alle Gottesdienste gregorianische Chorele beinhalten. Das wäre halt nicht weise. Und ich glaube, das ist so ein Problem, dass viele Leute sagen, Religion, Christentum ist das, was in der Sonntagsmesse oder im Sonntagsgottesdienst passiert. Und wenn das langweilig ist, dann ist das Christentum nichts für mich. Und jetzt zum Beispiel ich persönlich, ich finde Gottesdienst prinzipiell nett, ich mag alte Kirchen, aber ich bin jetzt auch nicht der große Lobpreis-Fan. Ich singe nicht gern, mir spricht Kirchenmusik, denen zähle ich nicht an, ich mag Paul-Gerhard-Lieder, aber es ist auch eher eine Minderheitenmeinung, aber zum moderner Lobpreis ist das auch nicht unbedingt meins. Aber ich liebe über den Glauben zu lesen, das fasziniert mich. Ich liebe religiöse Texte, ich liebe Texte von Kirchenvätern, ich liebe philosophische Argumente, das ist mein Zugang. Und wenn ich jetzt sagen würde, es muss jeder so leben. Oder wir hatten vorhin den Clip von der Barbara. Und wenn wir jetzt sagen würden, jeder muss jetzt Apologetik machen und muss seinen Glauben immer hinterfragen. Offensichtlich muss man das nicht. Und ich glaube, da dürfen wir als Kirchendurch lernen, sagen wir also, haben wir den Glauben ideal präsentiert, wenn wir nur Beziehung mit Jesus auf eine konkrete Art und Weise präsentiert haben und Beziehung ja auch unterschiedlich aussehen kann. Aber gleichzeitig muss ich sagen, Religion ist, also der Christ, sie ist los, sagt das, wenn der Christliche Glaube wahr ist, ist er von so hoher Wichtigkeit, dass quasi, ob das jetzt mir immer Spaß macht am Sonntag, auch nicht das Zentrale ist. Es geht darum, ich darf mit dem Schöpfer von Himmel und von Erde meiner Malöse, der für mich gestorben ist, in Beziehung treten. Da kann ich es auch aushalten, dass einmal ein Sonntag langweilig ist, um ehrlich zu sein. Und ich bin deswegen nicht immer ein Fan zu sagen, jetzt müssen wir immer alles attraktiv für alle Leute machen. Und es muss im Lobpreis, statt Gregorianischer Kräle, die böse Onkel spielen, weil das wird dem Dustin helfen. Das ist ja auch nicht die Lösung. Ja. Ja. Und ich glaube auch, aus christlicher Perspektive glauben wir, Gott ist kein effizienter Gott. Habe ich auch, also... Habe ich schon mal gehört, diese Aussage? Ja. Und er kann auch mit unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Lebenswege gehen. Und ich glaube auch, dieses Cookie-Cutter, brave, christliche Ding, also es gibt durchaus Persönlichkeitstypen, die sich in Regeln und in organisierter Religion und in irgendwie diesem Wissen alle nett zueinander, intuitiver, wohler fühlen. Aber als Christen glauben wir auch, dass Gott jeden Menschen irgendwo absichtlich so geschaffen hat, wie er ist und zu jedem Menschen auch seinen Zugang finden kann. Und genau, du warst Punker, Gott hat... Du bist immer noch Punk, würdest du das so sagen? Aber Gott hat... Nein, ich habe letztens die Diskussion gehabt mit jemandem, weil ich habe das gemacht, ich bin Ex-Punkin in einem Versalvortrag, weil ich war ein Punkin in dem Versalvortrag dazu. Warum Ex-Punk? Was meinst du damit? Das ist weder mein Kleidungsstil noch mein Blick aufs Leben noch mein Lebensstil. Also ich würde mich definitiv als Christin beziehen, aber ich mag natürlich die Musikprinzipien gerne. Aber ich glaube eben, das ist genau der Punkt, weil nur wenn ich die Musik mag, macht mich das noch nicht zum Punk. Also ich glaube, Christentum ist ein Lebensstil, es ist mit Jesus unterwegs zu sein. Die Einladung auf eine persönliche Beziehung mit Gott durch Jesus Christus. Und das kann unterschiedliche Musik, unterschiedliche Kleidung und so weiter beinhalten. Aber es beinhaltet immer, weil du gerade gesagt hast, was ist institutionelle Kirche, es beinhaltet immer, dass man Teil der Kirche wird, dass man Teil der Gemeinschaft der Gläubigen wird. Es ist nicht zwingend in der katholischen Kirche, es gibt unterschiedliche, also ich bin evangelisch, du gehst in die angrikanische Kirche und bist freikirchlich, evangelikal geprägt, also es gibt unterschiedliche Ausprägungen des Christendoms, aber prinzipiell heißt es immer, Teil der Kirche zu werden. Ob man das gefällt oder nicht gefällt, weil das ist nicht der Punkt, der Punkt ist, die Erlösung, die Jesus schenkt. Sorry, ich habe keinen Unterbruchung gehabt. Nein, nein, ich glaube nur eben, in dem ist es auch wichtig, wenn man sich die Person Jesus anzieht. Er ist eine sehr, ich weiß nicht, echte Person. Oder er, das würde ich behaupten. Ja, ja, auch in dem Sinn, er setzt Handlungen, die nicht irgendwie religiös brav sind immer. Er steht zu seinen Überzeugungen. Es gibt diese klassische Geschichte, wo er in den Tempel geht und er wirft alle Tische um. Also ich glaube, also ich bin zum Beispiel, ich bin in meiner Persönlichkeit der typische brave Christ. Also ich back gerne Kekse für den Sonntaggottesdienst und all diese Dinge. Aber, aber ich, in Jesus begegnet mir jemand, wo man nicht, man muss nicht so sein, wie ich es bin. Aber man darf so sein, wie du es bist gleichzeitig. Ja, genau. Aber von dem her, ich glaube, in Jesus, Jesus kann jeden faszinieren. Oder du musst nicht aufhören, zum Beispiel ein bisschen edgy zu sein, in manchen Dingen, finde ich, um in Jesus, um in Jesus sein Gegenüber zu finden, das du respektieren kannst und dem du nachfolgen kannst. Das ist für mich schön. Das ist ja das Brillante am christlichen Glauben, wenn du vergleichst. Also ich habe das Gefühl, wenn du Moslem wirst, dann musst du ein gewisses Febel für die Kultur des arabischen Halbinseln des siebten Jahrhunderts haben. Weil, also du musst dich anziehen, wie die Menschen da haben. Also es gibt eine gewisse islamische Kleidung oder eine islamische Bartracht und so weiter. Es gibt ja schon Unterschiede. Also schon Muslime schauen anders aus in Marokko, als sie auch sehen im Libanon, als sie auch schon in Afghanistan. Aber es gibt so einen Grundmodus. Also wenn du, also zum Beispiel in Thailand gibt es auch viele islamische Missionen und wenn du in thailändischen Bergen einem Typen mit einem Bart und einem arabischen Hut und einem langen, fliegenden Gewandbeginn bist, dann weißt du von außen, du bist ein Muslim. Im Buddhismus gibt es mehr Diversität, aber trotzdem gibt es so eine gewisse exotische Liebe, die die meisten Buddhisten verbindet für China oder Indien oder Sri Lanka oder Japan oder Vietnam, Thailand oder so weiter. Das Christentum ist eine genuin globale Religion, wo alle Menschen aus allen Völkern eingeladen sind. Ein Gottesdienst in einer ugandischen Pfingstgemeinde schaut signifikant anders aus als in einem anglikanischen Gottesdienst in Indien, schaut signifikant anders aus als bei einem Methodisten in Japan, schaut nochmal anders aus als bei einem Baptisten in den Südstaaten, schaut nochmal anders aus als bei einem Lutheraner Lutheraner in Finnland, schaut nochmal anders aus als bei einem Ostkirchler in Rumänien, aber sie sind alle vereint durch den einen Herrn. Ja. Ja. Und wenn dir koptische Gottesdienst besser gefallen als anglikanische, dann musst du nicht in den anglikanischen Gottesdienst. Es ist nicht nur, ich möchte nicht zu Postdorf mal sein, es gibt auch wichtige theologische Unterschiede, aber eine der Sachen ist auch, dass wir unsere Kultur mitbringen dürfen und von Jesus erlösen dürfen. Von Jesus erlösen lassen dürfen. Ja. Was für mich auch ein guter Bogen ist, zurück zu dem, wo wir angefangen haben in diesem Video, egal wo auf der Welt du geboren wirst, du kannst auch innerhalb deiner Kultur einen Ausdruck eines christlichen Glaubens haben. Das Christentum ist nicht geografisch gebunden. Das Christentum ist nicht nur eine westliche Religion. Und es verbreitet sich. Es ist schon mal primär nicht eine westliche Religion, weil unser Erlöser ist im Nahen Osten auf die Welt gekommen, hat dort gelebt und die Zentren des Christentums, die frühen waren in Byzanz, in Damaskus, in Alexandria oder in Äthiopien, nicht in Rom, Wien oder London. Ja. Aber sie haben auch da wieder dorthin gewechselt. Also das Christentum ist wirklich eine genuin globale Religion, weil es um den Herrn der Herren geht, der Herr über die ganze Welt ist. Ja. Ja, und in dem Sinne, um vielleicht abschließende Worte zu finden, ist Glaube Schicksal oder ist Glaube Entscheidung. Vielleicht irgendwo beides, ich weiß nicht, aber Glaube kann auch wirklich Entscheidung sein, eine Entscheidung sich ja, auseinanderzusetzen mit Dingen, tiefer hineinzugehen in Dinge, Wahrheit zu entdecken. Glaube kann aber auch etwas sein, das man annimmt, weil es keinen Grund gibt, es abzulehnen, weil es einfach gut ist, weil es von Anfang an gut war und wirklich egal, wo man auf der Welt ist, egal wie man kulturell geprägt ist, der Glaube an Jesus ist zugänglich und kann gute Nachricht sein. Amen. Ja. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.